Medama Adela? Sieh weg! Die Tochter der Beschämmerung! Geh zu deiner Hexenmutter! Alle haben Angst vor mir? Wenn du andere Menschen ansiehst, zeigst du ihnen all die Dinge, derer sie sich schämen müssen. Du hast eine Gabe. Fürst Ebenezer, seine Frau und ihr Sohn sind ermordet worden. Nicodemus Rabens, der Sohn des Fürsten, steht unter Verdacht. Kommt eilends. Der Blick einer Beschämmerin ist unsere letzte Hoffnung. Zieh ihn einfach in dir auf und erzähl Trakan, was du gesehen hast. Sieh mich an. Ich kann seine Schuld nicht sehen. Er hat seinen Vater nicht umgebracht. Keinen aus seiner Familie. Was soll das? Hilfe! Komm! Becky! Wie kannst du das? Es gibt nichts, wofür du dich schämen musst. Hast du eine Freundin gefunden? Hilfst du mir? Wobei? Nicht schlecht. Ich kann euch nicht helfen! Sei vernünftig, lauf weg! Sonst tötet Trakan dich! Nicht, wenn ihr uns helft! Rein da! Befreit ist niemand, solange Trakan nicht tot ist. Wir haben nur die Gerechtigkeit auf unserer Seite. Drakan, ein ganzes Heer. Es ist Zeit, sich auf eine Seite zu stellen. Die Hüterin der Wahrheit. Die Saga beginnt demnächst im Kino.